Heute ins Goldene Buch der Stadt Graz eingetragen. Der 28-Jährige ist gebürtiger Grazer. Mit der heutigen Eintragung ins Goldene Buch steht seine Unterschrift nun neben Namen wie Michael Gorbatschow, Dalai Lama, Karl-Heinz Böhm und Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel. Der Eintrag ins Goldene Buch dürfte dem steinischen Alpenrocker gerade recht kommen, ist aber jedoch auf Promotion-Tour für seine neueste in Nashville aufgenommene CD. Titel Home Sweet Home.